Hey Leute und seid herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Puzzle. Ja, das wahrscheinlich letzte Video hier von mir auf diesem Kanal. Ja, ich bin nicht mehr damit dabei. Aus verschiedenen persönlichen Gründen, die nur mich und die anderen Jungs was angehen. Da möchte ich jetzt auch hier nichts weiter zu anschneiden. Ich hoffe, ihr versteht das auch. Das ist jetzt nicht so, dass wir uns überverstritten haben. Versteht mich da nicht falsch. Aber es gibt Gründe, aber die sind halt nicht wirklich für die Öffentlichkeit. Für mich wird es jedoch weitergehen auf meinem Solo-Kanal Puzzle. Ja, ich werde auf meinem Solo-Kanal Puzzle weitermachen. Von da an wird auch morgen dort Harveys neue Augen laufen. Heißt so viel, es wird für alle Zuschauer alles ganz normal weitergehen. Alle meine Zuschauer, die noch weiter meine YouTube-Videos gucken möchten, sollten lieber auf diesen Kanal rübergehen. Weil von nun an bin ich da aktiv und werde jeden Tag ein Video hochladen. So, das war es dann auch von mir. Ich wünsche euch trotzdem noch eine wunderschöne Zeit hier auf diesem Kanal und den anderen viel Erfolg bei allem, was sie machen. Wir werden natürlich uns trotzdem immer noch treffen, miteinander reden oder halt auch mal zwischendurch Videos zusammen machen. Klar, aber halt nicht mehr in dieser Form, sodass wir halt zusammen den Kanal führen. Also, dass ich noch mit den Kanal führe. Gut, das war es dann auch schon. Bis dann, wir sehen uns auf meinem Kanal dann. Ciao, Leute. Ciao, Leute.